Also nochmal als Info, es gab technische Probleme, weil Mikro hat auch nicht funktioniert und ARK ist abgeschmiert, deswegen wird es durch einen Cut beendet und dann weiter fortgesetzt und es geht gleich wieder weiter. Mal sagen, auf Deutsch wurde ein kompletten Cut gemacht, weil unser guter Herr Ruiperl das Spiel ist aufgehängt und er kann da nicht mal nachschauen, deswegen musste ich, schätze ich, genau einen Augenblick in den Kopf reinmachen und dann wieder, dass er ja mit uns spielen kann. Und das Problem war, er hat außer Szenen ein Problem mit seinem Mikrofon gehabt, deswegen ist er auch jetzt gerade süßig. Und ihr seht immer noch die Chess McAlania vor unserer Hütte gerade laufen und der ist richtig schön nervig. Aber nur bis hin. Ja, nur ein bisschen. Der hat uns, das ist gesammelt. Oh nein, der kommt zu mir. Zehnmal kommt hin. Hau ab da. Das Gute daran ist, Senna, das war zu zweit. Trinket ein Tier, Alter. Kampfdolo. Wolle ich dir dein Zeug betreffen holen? Komm. Nee, nee, also, wir laufen so wie so. Ja, wir geladen ist. Ja, wir geladen ist. Ja, gut, dann kann ich mein Zeug holen. Ja, nee, dann lenk du den ab und ich hole mein Zeug. Ja, ich brauche mal sagen, ich muss nur meine Arme machen. Ja, ich muss ja noch nicht die Beile auf. Ja. Ja. Ja, jetzt bist du bei mir rot. Also, die Schrift ist rot. Jetzt läckst du über mir hin und her. Ah, jetzt bist du mit meinem Zeug. Ja, das hat ein bisschen, das dauert seine Zeit immer. Das weißt du. Ja. Jetzt hab ich schon gar nichts gehabt. Aber ehrlich gesagt, ich finde wirklich die Qualität hier viel zu tausendmal besser, als auf den anderen Streamkanal. Ich glaub, die Leute haben sich so gebracht, so auf keine Freunde oder so, weil die ganze nicht so wohl unterreden sind. Ja, ich hab auch daneben, man hat dich auch gesehen bis drüben. Ja, aber weißt du, ich meine. Ja. Kann mal passieren sowas, ist wirklich so. Ich guck mal nach, ob ich Bolas machen kann für uns, das machen wir mal ein paar Bolas Mai hier. Ja, wo ist denn der jetzt, dieser? Der Megalana ist hinter der Basis, hinter den Grundstein. Ah, Steinpfeile, super. Ähm, Bolas. Ähm, ab welchem Level bringt man den Bogen, hm? Jetzt steht schon wieder, du hast schon wieder aufs Stream gestartet. Ist ja noch online, geh mal gucken. Ja, ist noch online, ich sähe das gerade aufrufen. Aber es leckt, es leckt jetzt auch nicht. Oh Gott! 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 Ja, ich muss da einen kleinen Schlafsack machen. Oh Gott! Ist auch nicht schlecht! Oh Gott! Wo hast du denn hingekommen? Ja, er ist da hinten. Jetzt oben in der Leicht der. Oh, noch keine Leicht der. Genau da. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! die Kinder zusammen ich mache schon ein Bett für mich und das mal mehr da ist ne das machen wir jetzt kommen wir gehen jetzt zusammen auf den da kann ich mir hat noch zu mir auf dem Werk da kommt er hoch ich hab doch nicht mal ich hab bloß wir schießen jetzt neulich vom wir betroffen dann gehen wir hier auf den die Husten da ist ein Abstoß da ist ein Abstoß da ist ein Abstoß da ist ein Abstoß aber je hoch kommt ist er schon Jesus Also, die Folge steht heute nicht von sterben. Ja, deswegen hab ich es so viel hoch gemacht. Rann da weg? Legolas, Alter. Aston? Leck das Grauen schon wieder. Das auch wegen mir gerade. Tut mir leid. Ich muss euch mal gerade frisch wieder... Oh, jetzt will er mich wieder. Jetzt will er mich wieder. Röschelkröte! Lauf zum Michelangelo! Ich glaube, wir sollten einfach die Schildkröte nehmen, die es einfacher ist. Ah nein, er hat die ja nicht. Ey, ich hasse die. Wollen wir die Schildkröte und Michelangelo zusammenbringen und die kämpfen lassen miteinander? Ich versteh es nicht. Was ist das denn für ein Tier? Ich wundere mich auch, warum das OP ist. Das OP ist. Ich glaube, das Spiel will mich jetzt gerade verarschtern. Warum? Was denkst du dafür? Schon wieder. Was? 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 ich bring hörst du mich noch ja ja alles gut ja ich kann auch nicht mehr schlafen das ist der wichse sehr grauens ich bring mal die schulgröße an diese schulgröße sind ja 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 Was ist das scheiße, Nikalania? Immer ganz gut weg. Das war's für mich. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020